Moin und herzlich willkommen, schön dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie ihr hier schon sehen könnt, sind wir wieder bei Melioras und zusammen weiter. Fragt mich nicht wie oder warum oder was, aber ich habe irgendwie wieder 250 Gems zusammengekrallt und die bündeln wir jetzt da rein. Nehmen uns hier die garantierte mit und hoffentlich nehmen wir uns hier Margarete mit und Gopher. Also es wäre sehr krass, wenn wir die beiden ziehen würden. Das wäre sehr krass. Ah und by the way, bevor wir hier jetzt weiteres haben, würde ich nur sagen, was ein Dämon? Hier, ich bilde gerade Qsack auf und will ihn auch bald UR gegeben, also hier ein paar Sachen schon gerollt, aber die sind noch gar nicht gerollt, die unteren Sachen. Die ist gerollt, 14,4, die ist auch gerollt, 14,1 und dann kommt ein Video mit Qsack und Melioras auf jeden Fall. Aber jetzt würde ich sagen, gehen wir einfach direkt in die Sumps und hoffen einfach auf das Beste, oder? Let's go! Also die ersten Sumps sind definitiv besser als bei Gopher und wir hoffen, weil es geht einfach so weiter, mein Luck. Also hier haben wir Rock und Schwert, ah ja, okay, das war es dann mal wieder komplett. Okay, was ist die SSR garantierte? Elet, ja okay, okay, schade, schade. Es hätte echt was werden können, okay. Da habe ich mir am meisten erhofft, eine Feste zu ziehen. Okay, okay, okay. Ah, ob ich dieses Fake, die man mag. Es kann was heißen, oder auch nicht. Ich hoffe mal, wir werden nicht komplett durchgeschäftigt, sonst geht das Video nur in vier Minuten. Gehen wir hier wieder rein, let's go. Ah, das kann auch sein. Irgendwann, nee, nee. Bis jetzt nichts, bis jetzt nur Chefs. Lassen wir noch ein bisschen durch noch. Gucken wir mal, ob hier irgendwie SR kommt. Come on, come on, Meliodas, let's go, let's go. Ah, ah, vielleicht gewinnst du, gewinnt, gewinnt. Ah, okay, schade. Oh, Ludusiel, okay. Dann sogar der SSR bekommen. Hätte ich jetzt nicht noch erwartet, sage ich ehrlich. Also bei der Summon Animation. Ja, okay, aber die Summon Animation sind echt low guarder. Okay, hier hatten wir den kurzen iFlash, aber iFlash heißt ja keine SR. Gucken wir mal. Also ich hoffe ehrlich, dass wir jetzt noch was ziehen, weil, äh, sonst 255 Gems verbillert, aber natürlich, wir hatten in dem ersten Summon Video unnummer viel Glück, dass wir im Video schon gezogen haben, direkt. Ja, okay, ist ein SR dabei. Und wie der SR. Und wie gesagt, wir hatten sehr viel Glück im ersten Summon Video, also, ich kann mich natürlich nicht beschweren, aber natürlich will man immer bessere, aber bis jetzt nicht mal einen hellen Himmel, nicht einmal einen hellen Himmel, das wird nichts. Okay, Tamia. Wobei, Tamia hatte ich noch gar nicht, glaube ich, auf Level Dinger. Level 80, ja, das ist gut sogar, das bräuchte ich, das bräuchte ich sogar, perfekt. So, so, wirklich gut, freue ich mich sogar wirklich. Okay, der erste helle Himmel, perfekt, let's go, let's go, vielleicht kommt da ja noch was. Nicht mal ein Counter bis jetzt, also wir hatten bis jetzt nicht mal eine garantierte SSR Animation. Wir haben zwar viele SSR gerade gezogen, aber nicht mal eine garantierte SSR Animation. Okay, das wird gar nichts, das wird gar nichts. Es gibt immer, ja, 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 wie viel haben wir noch? 2 Multis wahrscheinlich. Ja, 2 Multis noch, okay, okay. Jetzt kommt es drauf an, let's go. Okay, okay, Stick, Stick, Power, Stick, Power, Stick, Power. Wir wissen, was Stick heißt. Nicht aufgeben, wir wissen, was Stick heißt. Come on, Stick, gibt uns die Stick, Power. Ah, blaue Schrift, ja, okay, vielleicht auch nicht. Er hat wenigstens nicht verloren. Ah, okay, wieder eine SSR. Welche ist es diesmal? Miljodas, okay. Es war ein Miljodas, sage ich so, wie es ist. Es war ein Miljodas. Let's go, let's go. Ja, okay, das wird nichts, schade. Oh, Demon Mark und Sky. Okay, 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 das kann auch was werden. Und Countdown, das ist alles in einem Garde gewesen. Wenigstens die letzte Animation gut. Also ich nehme definitiv so gerne ein Miljodas noch an. Was ich aber lieber, ich sage, was ich lieber haben will, ist vielleicht eine Margarelle oder ein Golfer. Aber Miljodas ist so noch krasser dann. Oh, es ist ein Festival. Es muss ein Festival sein eigentlich. Es muss ein Festival sein. Ich habe nicht diese Fake-Animation bekommen. Es muss ein Festival sein. Okay, Elisabeth ist hier. Okay, okay, okay. Noch ein Elisabeth, okay. Deswegen war der Hawk da. Okay, let's go. Margarethe, let's go. Yes. Finally, yes, yes, yes. Margarethe, perfekt, Alter. In der letzten Sum. Wie? Was? Oh mein Gott. In der letzten Sum. Let's go. Let's go, Alter. Der Banner gönnt so hart. Der Banner gönnt mir so hart. Let's go. Ja, Mann. Ja, Mann. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Gönnung, Alter. Kann man hier irgendwas noch machen? Ja, komm mir. Mach mal so. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Oh. Oh mein Gott. Magarethe, perfekt. Also der Banner, der ist so ein Ehrenbanner. So viel Glück hatte ich, glaube ich, fast noch keinen Banner. Ah, ich kann auch keine machen. Ah, blöd. Machst du einzeln. So ein Glück hatte ich fast noch keinen Banner. Richtig geil. Richtig geil. Oh, Chandler, jawohl. Chandler old pushen. Was, was passiert heute gerade? Oh mein Gott, Alter. Also ich freue mich gerade richtig. Ich freue mich gerade richtig. Also ich freue mich gerade richtig, richtig. Komm, bekommen wir noch irgendwas Gutes hier? Also Chandler haben schon bekommen, aber jetzt irgendwas anderes Geiles noch. Nö. Chandler war echt jetzt hier das Geilste. Oh mein Gott, geil. Geil, 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 geil. Geil, geil, geil. Wo ist sie? Boah. Ja, Mann. Ja, Mann. Oh, shit, Junge. Haha. Fühl ich, fühl ich. Sag ich, sag ich, wie es ist, fühl ich, fühl ich. Da sehe ich mich drin. Da sehe ich mich drin. Boah. Geil. Geil, geil, geil. Und haben wir natürlich auch. Hat mich sehr gefreut, dass ich, dass ich ihn jetzt auch bekommen habe. Machen wir seine Ulti hoch. Geil, 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 geil. Also wirklich. Die haben wir durchgegangen. Kann ich jetzt irgendwie noch komplett pushen jetzt? Let's go. Okay, perfekt. Richtig geil. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Also. Dass wir die noch bekommen haben, ist echt, echt geil. Ich habe jetzt wahrscheinlich geil schon 500 Mal gesagt. Aber ehrlich. Ich freue mich so hart gerade. Und wenn ihr euch genauso freut wie ich, dann klickt auf den Like-Button, abonniert und schon, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das war's.